Setz da hin, und sei ruhig. Hör mal, und, äh... Pen Utz mich und P-Bagboy. Präsentiert euch die Spielung. So, klickst Daumen nach oben und klickst es bis zum Ende, sagt ihr. Sonst klatscht es. So, du mach an die Kiste da. Na gut. Chile. Er ist... Islande. Islande. Was ist denn denn so eine komische Kontur, um seine Glatze eigentlich da? Na ja, haude. Hau da raus, ihr prügelt, wa? Haude, ja. Ist das bei dir auch so grell, der Rasen? Ist ja übertrieben bei mir irgendwie. Nö. Nö? Okay. Findet das ein bisschen irritierend gerade, muss ich sagen. Oh, ein schlechtes Platz. Oh, gut. Natürlich jetzt nicht gerechnet. Ja, mit den Flachpässen immer, der Teig schon... Ey. Ist echt übertrieben hell bei mir. Ich verstehe das ja nicht. Hast du schon den Workaround gemacht? Ja, hab ich. Kannst ja nochmal kurz machen. Warte mal. Film. Spiel. So, jetzt nochmal. Ist immer noch so. Komisch. Ne, läuft ja flüssig, aber ist so grell irgendwie alles. Als wenn da jemand mit so einer Neonlampe da drauf strahlt aufs Spielfeld. So einer Extrem. Ach, Raul. Quatsch. Raul. Ja, die wird also... Natürlich, da spiel ich dich dringend im Lauf, ey. Gibt's doch nicht. Ja, der kann auch Fußball spielen da auf jeden Fall. Ja, weißt du, ich könnte genauso gut in die andere Richtung mich drehen. Ja, ja, könntest du. Ja, jawoll. Stehen aber auch nur rum wie Statisten nach. Obwohl, denke ich, übelst umständlich gespielt war von mir. Irgendwie fand ich, aber gut. Egal. Na, für mich reicht das ja, für meinen Low-Skill-Level. Hier, der Glatzkopf. Ich weiß nicht, ob man das bei der Aufnahme dann sieht, aber der hat irgendwie eine Kontur. So einen schwarzen Rahmen. Wie so eine Comic-Figur um seinen Kopf. Das ist total komisch. Den Gluck hat er bei mir aber auch. Ja, genau. Total komisch. Das ist vielleicht so. Vielleicht ist es so. Die Comic-Figur. Das kann sein, ja. Ja. Mein Güter. Ah, der Sanchez ist voll langsam, ey. Ja. Der muss doch nicht richtig ins Spiel rein. Er muss doch nicht. Das ist schon in Ordnung. Jetzt im Esterschaft hast du ja geholt. Von daher. Ja, hoch der Ort. Oh, ich hau ihn doch ins Angeln da oben. Ein Fanogen, ey. Super gemacht. Da greift er ein. Ist zur Stelle. Sie können sich auf ihn verlassen. Hm. So, Ecke kommt. Boah, er geht aber weit raus. Aber er hat ihn ja. Da geht wieder gar keiner rauf. Ist überhaupt nichts gewesen. Ey, hör doch auf. Der verliert Patent mit dem Ball da im Mittelfeld. Nicht mehr und nicht weniger. Er braucht doch noch nicht hochspringen. Ist die Marbe. Ach komm. Er bewiegt sich doch mal da. Bewegung. Oh Gott, ey. Finish doch mal hier wieder. Jo. Oh, ey. Warum bleibt der stehen? Warum denn? Ist der dämlich. Ach komm, ey. Arschloch, ey. Jo. Schön. Erste Klasse ausgekontert da. Zwei Verteidiger hinten. Ich weiß ja nicht, was da los war. Krass. Naja, irgendwann musstest du den ja mal anlofen da. Auf den Moment hätt ich nur gewartet. Ja. Ah, irgendwas klang konnte ich laufen. Zack. Und das ist der neue David. Willkommen. Ob man dann sauber zu Ende spielt. Ah, genau das, was ich nicht mache. Herzlichen Glückwunsch, Mann. Mach. Arschloch. Ecke. Mann, hör auf, da zu drängeln da. Ach, ist das ne Hure. Ich seh das schon kommen. Ran. Abseits. Ja. Ich seh ja nicht, warum ich da hinspiele. Manchmal schaltet man die Höhne dann kurz aus, glaube ich. Ist ja klar, dass der macht, dass er es steht. Das ist doch logisch. Ah, ne. Siehst du, jetzt hat auch meine Höhne wieder ausgeschaltet. Auf jeden Fall. Aber du hast ja nur Glück gehabt. Ey, du. Es reicht, ist doch gut. Arsch. Fick. Mann, ey. Ah. Fick. Also. Jetzt schießt der noch. Ich glaub's nicht. Ey. Da hab ich noch angetäuscht. Hab sogar noch die Pass-Taste gedrückt eigentlich. Macht er aber nicht. Ich weiß nicht, warum ich so ne Pisse immer da vorne spiele, ey. Das gibt's doch überhaupt nicht. Das ist doch einfach eigentlich. Ja, ne. Ich muss echt mal mehr konzentrieren damit in den Angriffen. Passt der Torwart richtig gut auf, ja. Definitiv. Er passt aber richtig und Elfmeter, wa? Hat er nicht so gut aufgepasst, ja. Hat er den Elfmeter gegeben? Ne. Ah, okay. Achso, ja. Du hast da wieder Glück, wa? Ja. Ich hab auch weh. Also bei dir wäre der wieder ein Elfer gewesen. Da bin ich mir sicher. Geil, der steht ja völlig alleine. Hat man schon wieder... Hat man schon gesehen, wo der Ball an der Strafunggrenze war. Dass der zum Kopfballer kommt. Ja. Schön. Halb. Gedreht. Ja, schön, der andere springt nur zum Alibi hoch. Ach, Vidal, ey. Ja, ich weiß ja nicht. Da geht immer so ein... Wenn du den nicht kriegst, wärst du schon wieder... Genau denselbe denke ich mir auch immer bei dir. Oh, mach. Naja. Ja. Schön offensichtlich. Krass. Hab ich nie... Ey, ich ziele in die rechte Ecke und er schießt auf den Mann. Was soll denn das? Wie kann man denn so dumm sein, wenn ich rechts hinziele? Nur eine Chance müssen drin sein, Mann. Hier kriegst du nur zwei Stück pro Spiel von, wenn überhaupt. Na, bei mir kriegst du da mehr. Na, eben nicht. Boah. Warum bietet der mir eigentlich schon wieder eine Auswechslung an, ey? Jetzt schon wieder. Verletzt vielleicht? Ja, eigentlich nicht. Also. So, der Zweitspieler. Pfeif ab. Ich renne die schon ja nicht mehr hinterher. Hallo. Mann, dann pfeif doch gleich ab, dann einfach. Dann kann er doch direkt nach der Ecke. Ja, natürlich. Das ist so dumm. Ach, man kann sich so schön aufregen bei FIFA. Aber trotzdem muss man ja sagen, sind die meisten Spieler ja relativ knapp. Außer mal so ein Ausreißer, so ein 4-0 oder mal so ein 3-0 nach wie erst dann 25 Minuten oder so. Ja, aber da hast du nicht wieder, was du haben wolltest. Was wollte ich denn haben? Dass ich zurückliege zur Halbzeit. Epische Duelle. Ja, epische Duelle, die ich gewinne, ja, wollte ich haben. Ja, naja, das kann ja nun nicht. Kena ist unbesiegbar. Ne, will ich auch nicht. Wenn nur die meisten Spieler gewinnen. Das reicht mir jetzt schon. Das siehst du, glaube ich, komplett anders. Reicht jetzt da mit dem Isländer da. Warte, ey. Naja, mein Freund. Mann, also ich spiele, warum spiele ich denn den an? Also, da spielt er sich ja mehr selber aus als den Gegner. Ach, Mann. Ach, Mann. Oh, wie doll ist das denn? Was ist denn das gewesen? Mann, ey. Oh. Den hat er gut geklärt, erst mal. Auf jeden Fall, das hat er gut gemacht. Ja, schön, schön bedrängt. Yes, Hurenkinder. So, ist doch nicht dein Ernst, ey. Ah, ne. Schon wieder der Glatzkopf. Du weißt, dass der Pasta in der Mitte kommt, ey. Da muss ich ja spielen, aber... Ja, ja, klar. Aber der stellt sich da aber auch an, die 5, ey. Na, ist schon wieder vorbei mit, äh... ...Kondition. Nö. Mhm. Oh. Mann, ey. Das wäre dir irgendwie in der Sonne, geil. Ja. Nein! Oh, Mann. Scheiße, Alex ist da. Scheiße, scheiße, scheiße. Ganz große Scheiße. Oh Gott, Island, ey. Bitte reicht's euch mal zusammen jetzt. Reicht's euch mal im Zippel. Hm, Alexis. Alexis. Verjutet vielmals. Mann, was mach ich denn für'n Scheiß? Boah. Nein. 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 Was ist denn los mit Island jetzt? Warum stehen die denn alle hinterm Mann? Och, Mann. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Ach, du Scheiße. Und den spielt er gleich wieder zurück. Leute, nimm ihm doch einfach den Ball an. Warum denn da hin? Warum? Och. Mann, hör auf alle Namen an zu sagen. Komplett. Nichts in der zweiten Halbzeit hier ist noch ja, nicht. Oh Gott. Wie der da auch passt, da der Idiot, ey. Oh Gott, sie können nicht mehr. Oh Gott, des Willen. Was ist dann das? Island bekommt noch Schmerz. Ich muss mal WC. Krank, ey. Nix geht mehr hier. Wann haben wir denn hier noch? Komm, bring mal rein. Einmal links. Und rein. Scheiße hier im Sturm, das ist ja auch nix. Äh, im defensiven Mittelfeld. Ahja, okay. Oh, das ergänzt du mal ohne 4-Pass, das ist ja Wahnsinn. Er spielt den Pass auf den Flügel. Jetzt hat er Platz, jetzt muss er flanken. Schön dazwischengegangen, Ballverlust. Also ne, warum denn dahin, Mann? Das kann doch nicht sein, das gibt's doch nicht. Mann, stell den zu da, ey. Ah, es ist unglaublich, ey. Ist nicht dein Ernst. Ja, geil. Absolut fahrlässig, ey. Könnt ich ausrasten, wirklich wahr. Ich reiß mir den Arsch auf, damit ich ein Tor mache und dann so ne Scheiße da hinten wirklich mache. Mann, beweg dich. Oh, geh doch auf'n Ball drauf. Ich versteh das nicht, die sind stehenbleiben. Ja, genau, der Isländer ist genauso schnell, wie der, den ich neu eingewechselt habe gerade. Das ist jetzt nicht sein Ernst, der rutscht da wirklich... Er macht da einfach den... Was hat er denn jetzt da, eine jemals Taktik? Mann. und dann per se zu33 und dann ja markiert ist vielleicht der oder sie kommt, was tun wir in mir hin. Eich wirst du da hin, weiß ich nicht mal Kummer drauf gemacht. com Spiel zunächst weiter laufen zu lassen. Der Ball kommt rein. Ja. Ja. Ach, Ditte. Wie macht er denn, Ditte? Wie kommt er denn an den Ball ran? Ja, den scheiß Kopfball, den macht er. Den einfachen vorhin. Also, da schauen wir nochmal ganz genau hin bei diesem Tor. Toll hereingebracht, schön verwertet. Eine richtig gute Ecke. Drei zu zwei also. Da ist alles drin. Das wäre hier Ingi Ingersson. Gut, Wunsten. Zehn Minuten noch auf der Uhr, Schlussphase jetzt. Mann, weil der da wieder so eine Mega-Chance liegen lässt, ey. Wieder ein guter Pass von ihm, nicht das erste Mal heute. Außen ist jetzt Platz. Er hat Zeit, jetzt eine gute Planke. Was macht er denn, er lässt den Ball durch? Ach so, er lässt den einfach durch, ey. Das ist das ein Bastard. Ey, so. Also, defensiv sind die Chilenen aber auch alles anders als gut, ey. Muss man ja mal sagen. Krass. Musst du ja zittern hier, wenn da ein Ball durchkommt an den Strafraum, ey. Mann, gib Scheiß-Ball her, da. Mann, keine Chance, den Ball da abzunehmen, den Idioten. Ja, ein Glück, danke, danke, danke. Ist nicht dein Ernst, ey, wirklich, ja. Wenn er da hinten geht, dann muss er ihn noch umsenschen. Ey, das ist doch nicht. So eine Hure. Und da wäre schon wieder alles frei gewesen. Ja, Bjarne, oder was? Ey, ich muss mal umstellen. Was denn nun? Ey, ich muss umstellen, denn die haben nicht da hinten. Mann, ja. Was wird die da machen? Das ist einfach nur Scheiße da hinten. Ist wieder so geil, wie du den nicht da hinstellen kannst. Dann stell den da hin. So, fertig. Das haben sie echt Scheiße gemacht bei FIFA, dass du immer die Taktik vorher ändern musst, damit du den ins Defensive im Mittelfeld stellen kannst. So ein Unsinn. Mann, bleib an dem unten dran. Mann, ey, hör auf, auf den Ruf zu gehen. Oh, Sanchez, ey. Ich verstehe das nicht. Ziel eindeutig nach unten hin. Eindeutig. Alter, der bewirrteste mit ihm ja eigentlich los. Was für eine schlechte Reingabe, ey. Und schon wieder. Ja, Mann. Das bringt doch hier nicht alles. Was? Was? Ey, er zieht doch genauso da, der Bastard. Tjot, ey. Also ein. Was war denn das? Den hat ich doch 4 Dollar gespielt. Oh Gott. Ja, genau. 5,5. Na ja, ist egal. Ein Glück, ey. Ein Glück, das kann ich nur sagen. Ein Glück. Stehen K.O. Die Isländer wieder meiner nach. Oh Gott. Absolut überzeugen seine heutige Leistung. Ja, tschüss, bye bye. Tschüss.